Kapitel 2 Hermine entschied sich, den Zettel aufzuheben, nachdem sie ihn zwei Minuten angestarrt hatte. Vorsichtig legte sie zwei Finger um das Schreiben, als sei es verseucht. Wer wusste schon, was sie damit gemacht hatten? Den Malfoys würde sie alles zutrauen. Sie ging mit der Zeitung und dem Zettel ins Wohnzimmer und legte die Zeitung auf den Tisch. Dann schaute sie misstrauisch den Zettel an. Nach einem Zauber war klar, dass er nicht verflucht war und Hermine klappte ihn auf. Hallo Miss Granger, wie ich mitbekommen habe, haben Sie Geldprobleme? Ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen, sie zu beseitigen. Kommen Sie morgen um 10 Uhr ins Malfoy Manor, Lucius Malfoy. Geschockt starrte Hermine den Brief an. Die Tatsache, dass Lucius Malfoy von ihren Geldproblemen wusste, war mehr als beunruhigend und dass er ihr offensichtlich helfen wollte, war noch beunruhigender. Dazu noch, dass er sie vor vollendeten Tatsachen stellte, morgen um 10 Uhr ins Malfoy Männer zu gehen. Hermine schnaubte und baute Wut auf die ganze Malfoy-Familie auf. Es war eh ein Wunder, dass Lucius Malfoy nicht in Azkaban saß und nach ihrer Meinung gehörte er schnellstens dorthin. Aber andererseits wäre es die Gelegenheit, ihre Geldsorgen loszuwerden und doch noch nach Hogwarts mitzukönnen. Auch wenn Lucius dafür bestimmt etwas Schlimmes verlangte. Aber seinen Vorschlag könnte sie sich zumindest anhören. Auch wenn ihr der Gedanke nicht behagte, das Malfoy Männer zu betreten. Das letzte Mal, als sie dort gewesen war, wurde sie gefoltert und sie wollte auf keinen Fall alte Erinnerungen aufwecken. Sie legte den Brief neben die vergessene Zeitung auf den Tisch und ging wieder hoch zu ihrer Mutter. Diese schlief noch tief und fest und sie beschloss selber, auch noch etwas zu schlafen. Morgen früh würde ein Arzt kommen, der ihre Mutter wieder mit ins Krankenhaus nehmen würde. Was in der jetzigen Situation auch gut passte. Das ist doch nicht dein Ernst! schnaubte Draco und schaute seinen Vater wütend an. Doch Draco, ich glaube, sie würde gut zu dir passen und außerdem sieht sie nicht schlecht aus und ist eine von Potters engsten Freunden. Erklärte Lucius seinem Sohn. Was hat denn Potter damit zu tun? Der Krieg ist vorbei, Vater! zischte Draco und er wusste, dass er nicht mehr viel weiter gehen könnte, ohne den Zorn seines Vaters auf sich zu lenken. Glaub mir, Draco, es wäre ein geschickter Schachzug und da du eh ein Schlammblut heiraten müsstest, warum nicht Hermine Granger? lächelte Lucius kalt. Du glaubst doch nicht wirklich, dass sie da mitspielt. Sie hasst mich und würde sich eher umbringen, als mich zu heiraten. zischte Draco seine Bedenken aus und hoffte, seinen Vater umstimmen zu können. Sie wird es wollen, Draco. Ich habe sie in der Hand. lächelte Lucius noch kälter und machte mit einer Handbewegung klar, dass er nicht weiter darauf eingehen wollte. Schnaubend verließ Draco das Zimmer seines Vaters. Ihm war vollkommen klar, dass der Granger irgendwie erpressen würde. Vorausgesetzt, sie würde morgen überhaupt kommen. Vielleicht hat sie den Zeitungsartikel heute Morgen über die Bedingungen gelesen und war schlau genug, um eins und eins zusammen zu zählen. Draco hoffte einfach, dass sie es gemacht hatte und er nicht gezwungen werden würde, sie zu heiraten. Hermine lag schon zwei Stunden wach im Bett und dachte über ihr morgiges Treffen bei den Malfoys nach. Sie überlegte sich vorher, Harry und Ginny Bescheid zu geben. So würde sie nicht einfach blind in eine Falle laufen, denn irgendwie hatte sie ein schlechtes Gefühl. Nach ihrem Entschluss schlief sie schließlich ein und wachte erst wieder durch ihren Wecker auf. Es war 7.30 Uhr und in einer halben Stunde wollte der Arzt kommen, um ihre Mutter abzuholen. Um kurz vor 8 war sie fertig und weckte ihre immer noch schlafende Mutter. Obwohl sie so viel geschlafen hatte, ging es ihr schlechter als je zuvor. Keine Sorge, Mama, ich habe einen Weg gefunden, das Geld für die Operation zu bekommen, meinte sie, als sie ihren leeren Blick sah. Hermine, du sollst dir keine Schulden wegen mir auflasten. Ich will nicht, dass du wegen mir dein Leben versaust, murmelte sie schwach und schaute an die Decke. Nein, Mama, ich habe ein Angebot bekommen. Ich weiß zwar nicht genau, was ich machen muss, aber ich werde es auf jeden Fall annehmen, sagte sie entschlossen. Ach, Hermine, womit habe ich dich nur verdient? Lächelte ihre Mutter schwach und schon klingelte es an der Tür. Hermine öffnete den Arzt und der fing sofort an, ihre Mutter erst in den Rollstuhl zu setzen und anschließend in den Krankenwagen. Ich komme dich so schnell wie möglich besuchen, murmelte Hermine und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn, bevor sich der Wagen in Bewegung setzte und Hermine ihm nachdenklich nachstarrte. Sie hatte sich wirklich entschlossen. Sie würde alles machen, was Lucius von ihr wollte. Hauptsache, sie könnte ihrer Mutter das Leben retten.